Meine lieben Freunde, meine lieben Freunde, ich grüße euch recht herzlich bei meinem allerneuesten Video. Ich grüße euch immer der weiße Quickel. Ihr wisst, der weiße Quickel bin ich. Und ich möchte dich herzlich begrüßen bei meinem neuesten Video. Es ist viel vergangen, viel sehr viel Zeit. Fast ein Monat. Fast ein Monat ist vergangen, seit ich es letztes Mal gesehen habe. Und dann dachte ich, der weiße Quickel macht ja wohl wieder ein Video. Ja, für euch. Mit sehr viel Herzblut. Für die Quickel-Herz. Und ja meine Lieben, jetzt werde ich mal singen. Was schönes. Ich bleibe das Baby Он. 10-11-11-12 Ja, für euch. Ja, für euch. Ich weiß es ist vorher, Gleitend für sich leibende Maya. Amirga, lalalala. 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 Ja, und so weiter. Und ja, das ist ja, wir sagen, ich weiß, ich bin glücklich, wir haben nicht gesungen, ich bin. Oh mein Gott, ich muss mich ruhigen, too much energy, too much. Nein, ich bin eigentlich ein sehr, sehr zurückgezogener Mensch. Und ja, ich mache fast keine Gehäuse. Ich bin sehr leise, sehr, sehr schön. Keine Aufmerksamkeit. Ich muss ein bisschen mit meinem Bewusstsein in die öffentlichen Sehe gewinnen. Oh, ja, 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 ja. Nein, meine lieben Freunde. Ganz ruhig, jetzt beruhigen wir uns. Und ich werde jetzt mal was ganz schönes tun. Oh ja, und zwar, wenn ich euch erzähle. Aufmerksamkeit heute. Ich hoffe, es war sehr schön. Schöner Tag. Sehr viel, sehr viel. Oh, ich habe sehr viel gemacht heute, ja. Bewusstsein anheben, wir müssen das Bewusstsein anheben, Bewusstsein anheben. Bewusstsein anheben, Bewusstsein auf dem gesamten Planeten Erde ist jetzt angehoben für immer und ewig. Und zwar diese ganz, ganz feinen Schwingungen, die ich besonders mag. Diese absolut hohen Schwingungen, die ich so mag. Wo ich mich so wohlfüße geborgen. Wo ich mit all meinen Sinnen das Universum wahrnehme. Es ist so schön. Deswegen heben wir es an. Heben wir es an. Aha. Ich bin es an. Ich bin es an. Ah ja, mit Maja bin ich sehr gut befreundet, mit Mutter Erden, wisst ihr Maja, die Illusion. Bin ich sehr gut befreundet, wir sind best friends forever. Und auch, ja, 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 und mit dem kleinen Buben, mit dem kleinen, mit dem kleinen, wie ich so immer sagen, der Gott geht, der kleine Gott, mit dem ist der Gwickler sehr gut befreundet. Ja, so ein lieber, den kann man ja gern habe, kann man ja gern habe, so ein lieber, ja, ja. Na gut, dann verabschiede ich mich jetzt mal, es war nicht genug Input für heute. Das war schon sehr, sehr deftig heute, mit den Schwingungen war sehr deftig. Na gut, meine Liebe, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.